Und wer ist das jetzt hier? Hunter! Hunter kann's auch nicht sein! Lol, Reapers ist hier einfach in der Wand, alter, ja moin! So Leute, wir sind heute mal unterwegs als Heiler. Wir können tatsächlich tote Spieler wiederbeleben. Das heißt, wenn einer stirbt und eine Leiche auf dem Boden ist, dann kann ich ihn einfach heilen und er kommt wieder in die Runde rein. Und ich würde sagen, Leute, eskaliert heute mal richtig mit den Likes. Schaffen wir wirklich 5000 Likes auf dieses Video. Es wäre der Hammer. Und ihr seht auch schon unten rechts, ich habe den Revive-Button. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, dann wird ein Spieler wiederbelebt. Ihr könnt mir auch gerne auf TikTok folgen. Da heiße ich RealPet1 und da lade ich TikToks rund um Among Us hoch. Ich habe da sogar schon mein allererstes Video online. Deswegen gerne vorbeischauen. RealPet1 auf TikTok. Diese Mod ist wirklich der Hammer. Also ihr werdet das wahrscheinlich auch nirgends sehen. Da ist sie. Die allererste Leiche. Ich würde sagen, Hokuspokus und BÄM. Bravo ist einfach wieder am Leben. Ich bin einfach der Heiler hier in der Runde. Und Kärme haut einfach ab. Und übrigens machen wir das auch so, wenn eine Person gestorben ist, dann wird die sich beim Meeting auch nicht mehr so beteiligen. Da ist mein Regal ausgegangen. Wenn eine Person gestorben ist, dann wird die sich beim Meeting auch nicht mehr so beteiligen. Einfach weil es sonst langweilig wäre, wenn die Person sofort sagt, wer sie gekillt hat. Und ich werde natürlich auch ein paar Aufgaben machen. Aber meine Hauptaufgabe heute ist es natürlich, Leute zu heilen und die wieder ins Spiel reinzubringen. Also mega cool. Ich finde diese Mods so heftig. Und Laurin haben wir hier auch am Start. So bei Reapers, er rennt hier entlang. So Reapers. Ah, ich glaube Reapers will, dass ich ihm folge, weil er eine Leiche entdeckt hat. Kann das sein? So Mirkos haben wir hier. Und ich habe auch übrigens einen grünen Namen, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Weil, wie gesagt, ich bin ja hier der Heiler. Ich will Leute heilen. Ich will wirklich alle Leute heilen. Oh! Das Lustige ist, es gibt glaube ich sogar einen Bug. Wenn hier Geister in der Nähe sind, dann spawnen die Geister auch neu. Aber ich würde sagen, erst mal 3, 2, 1 und BÄM! Warum kann ich ihn nicht? Da buggt wohl irgendwas hier gerade herum. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir mal das allererste Meeting. Ich reporte ihn einfach mal. Ach lol, Faru, bist du wieder am Leben oder tot? Ich bin wieder tot. Du bist wieder tot, achso. Weil wir in einer Runde gestorben. Alter, weil ich habe mich gerade gewundert, den habe ich doch gerade noch geheilt. Faru war tot, Kerbo anscheinend auch, den konnte ich irgendwie nicht heilen. Und ich bin irgendwie auch ausgetimt dann. Ach stimmt, du bist rausgeflogen, deswegen konnte ich dich nicht heilen. Ich habe mich schon gewundert. Ich bin ja der Crewmate Nummer 1, ne? Der hat tatsächlich von Anfang an schon gesehen, am Admin-Table, wer denn wirklich ein Poster ist. Ach, du wüsstest es theoretisch. Egal, haltet euch erstmal zurück. Meine Vermutung ist irgendwie wirklich Beats, weil Beats... Ich schwöre, ich bin es nicht. Wirklich nicht? Ich stand auch einmal mega... Irgendjemand hat mich mega sass an irgendeiner Leiche... Wer ist rechts unten in Shields? Wer ist da gestorben? Rot, ne? Ja, nee, blau. Blau war das. Blau war das. Faru war blau. Den habe ich geheilt. Der war auch wieder am Leben, aber jetzt ist er wieder tot. Ich bin da hergelaufen. Ja. Irgendjemand kam da noch und hat mich gesehen. Kann das sein, dass es Laurin war? Irgendjemand müsste auf jeden Fall denken, dass ich es bin. Aber ich bin es nicht. Du kannst gerade auch verkehrte Psychologie anwenden, weil... Ja, ich glaube, Beats ist es halt ehrlich nicht, weil ich stand mit dem Typen halt eine gewisse Zeit allein in Cafeteria. Vielleicht bist du es ja auch dazu. Das kann auch sein. Wir skippen einfach mal die Runde. Ich hole hier noch ein paar Leute wieder ins Rennen, würde ich sagen. Also, ich bin ja der Arzt. Ich werde mich wieder darum kümmern, dass ich die ein oder anderen ins Leben wieder reinhole. Der erste Kill kann auch erst passieren nach 25 Sekunden. Oh, ich dachte jetzt, hier wird jemand umgebracht. Aber das ist nicht der Fall. Und wie schon eben erwähnt, Leute, eskaliert wirklich gerne mal mit den Likes und mit dem Abo. Denn das würde mich wirklich heute freuen, weil... Ne? Aufwendige Mods, cooles Video. Da kann ich sowas vielleicht sogar öfters machen, wenn ihr sagt, okay, Pat, das ist die Arbeit wert. Macht das öfters. Und wenn ich das sehe, Leute, 5000 Likes, easy knacken, dann mache ich das auf jeden Fall. Ähm, genau. Und wie schon gesagt, ich habe... Oh, warte mal, jetzt sind hier ganz viele Leute an einer Stelle. Ist hier irgendwas passiert? Ich hatte die Vermutung, dass hier was passiert ist. Ähm, wie gesagt, es sehen alle, dass ich Arzt bin. Wir haben das eingestellt. Und ich möchte diese grüne Spitze gerne nochmal... Lol. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass wir das trotz des Medics hinkriegen, ey. Wo waren denn die ganzen Leichen? Er ist komplett wiederbelebt, nicht? Ich laufe dann kurz durch. Dreh ein bisschen rum, schon wieder durch. Beste Leben, Alter. So, Leute, zweite Runde, ähm, Heiler. Und ich bin jetzt gespannt. Ich werde auf jeden Fall alle heilen. Ich weiß nicht, wie das gerade passieren konnte, dass ich die einfach nicht gesehen habe, die ganzen Spieler, also dass die gekillt wurden. Aber gut, ich werde mich jetzt mehr darauf konzentrieren, einfach nur die Leichen zu finden. Es kann doch nicht wahr sein, Alter. Als ob ich hier keine einzige Leiche finde. Nicht, dass das gleich wieder so endet. Alter, was zur Hölle geht hier ab? Als ob hier noch keiner umgebracht wurde. Es ist so, ah, hier, ein, neun, Jungs, beide, beide habe ich geheilt. Beide konnte ich heilen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von dem Bein, lol, was geht denn bei Reapers ab? Lol, was ist mit Reapers los? Digga, Reapers, was geht mit dem, was geht mit Reapers ab, Alter? Der wurde einfach gekillt in der Wand. Was, was, also ein bisschen buggy ist das hier schon. Der ist einfach in der Wand. Was, lol, der ist einfach in der Wand. Wie geht das denn? Okay, also die Mod ist anscheinend ein bisschen verbuggt. Der Reapers, der wird da jetzt wahrscheinlich in der Wand, äh, ja, entweder die ganze Zeit in der Wand bleiben oder er wird, äh, nochmal von dem Poster in der Wand gekillt. Das kann natürlich auch sein. Aber, das heißt, ähm, dass Beats und Reapers es eigentlich schon gar nicht sein können, weil die wurden ja gekillt. Alter, also das war schon ein bisschen crazy, dass er einfach in der Wand herumglitscht. Habe ich auch noch nie gesehen. Lol, hier irgendwo. Hä, wo ist er jetzt? Ich habe einen wieder... Ah, Beemo habe ich geholt. Okay, Beemo ist es auch nicht. Also Beemo, Beats und Reapers können es eigentlich nicht sein, ne? Beemo, Beats und Reapers können wir uns eigentlich schon mal merken. Oh, wer ist denn hier? Faro, Beemo, Beats, Reapers, Faro ist es auch nicht, okay? Ich bin es auch nicht. Beemo, Beats, Reapers, Faro. Okay, ich versuche es mir irgendwie zu merken. Beemo, Beats, Reapers, Faro. Ich weiß nicht, ob ich mir das alles merken kann, bin ich ganz ehrlich. Aber, ja, wenn ich mir das merken kann, dann kann ich auf jeden Fall ausschließen, wer Imposter ist und wer Crewmate ist. Und ich habe den Jungs auch gesagt, dass die jetzt nicht unbedingt auf Krampf die Leichen reporten sollen, damit man diesen Effekt ein bisschen besser sehen kann mit dem Heilen. Und will er, dass ich jemandem folge? Ich weiß gar nicht, ob die das wollen. Beemo, Beats, Reapers, Faro. Oh, da ist wieder Beemo. Beemo. Einfach wieder gekillt worden. Alter, was geht hier ab? Beemo, Beats. Oh, Beats, Beats. Beats kann es ja nicht sein, ne? Beats kann es eigentlich nicht sein. Aber hier ist auch keiner, merke ich gerade. Okay, also ich würde sagen, ich verschaffe mir gleich mal einen Überblick darüber, wer schon so gestorben ist. Und wer ist das jetzt hier? Hunter! Hunter kann es auch nicht sein. Lol, Reapers ist hier einfach in der Wand, Alter. Ja, moin. Also, ich würde sagen, die nächste Leiche reporte ich einfach mal, dass ich mal ein bisschen ausschließen kann, wer es sein kann und wer es nicht sein kann. Aber, ich sehe jetzt hier auch keine Leiche mehr, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Hier unten vielleicht. Nein, Beats ist auch am Start. Also, wie gesagt, natürlich würde der Imposter mich auch töten können und so, aber ich habe denen gesagt, ey, nehmt da mal ein bisschen Rücksicht drauf. Ich habe auch so lange gebraucht, dass ich jetzt mal wieder heiler werde, weil das einfach super, super lange dauert, um in diese Rolle überhaupt reinzukommen. So, will Beats jetzt, dass ich dem folge oder was? Oder, ich weiß es nicht, ob der es will. Er folgt mir auf jeden Fall die ganze Zeit. Aber Beats kann es ja auch nicht sein. Ich habe die Vermutung, dass es Freedit wirklich sein könnte. Ist hier jemand? Nein, hier ist keiner. Freedit ist da vorne. Hier vielleicht Electrical. Nein, hä? Alter, als ob. Das kann doch nicht normal sein. Oh, hier ist jemand. Ich reporte ihn jetzt einfach mal ganz kurz. Alter, es sind ja viele gestorben. Krass. Also, warte mal. Beats, Beats, Reapers, Faro können es nicht sein. Das heißt, es müssen eigentlich Freedit und Mirko sein. Ich sehe gerade die ganze Zeit außerhalb der Werbung. Junge, ich habe es gesehen. Ich hätte auch, ohne dass du es gesagt hast, hätte ich Freedit gesagt. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ist. Ich konnte das nämlich, ich wollte es jetzt mal Freedit. Ich konnte es nämlich über Ausschlussverfahren. Ich habe schon so viele geheilt, dass es irgendwann klar war. Be Mo, Beats, Reapers, Faro. Ja, es sei Freedit. Hans, Pat. Ich bin noch die ganze Zeit am Ende mit dir rumgelaufen, weil ich alle Tasks fertig hatte. Ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt wirklich unsicher. Aber ich glaube, Beats kann es eigentlich echt nicht sein. Also, okay, ein bisschen unlucky war das jetzt. Aber gut, ab geht es hier wieder. Und bum, bum, bum. Äh, zack. Ne, Moment. So, jetzt. Ah, okay. Ähm, Mirkus. Wird Mirkus einen töten? Ich weiß es nicht. Alter, ich meine, es muss Mirkus sein. Mirkus habe ich nicht heilen können. So, ich gehe mal hier nach. Ah, Beats klemmt mir jetzt. Ist natürlich jetzt hier. Ich habe ihn einfach revibed. Ja, Moin. Okay. Ich würde sagen, das reicht jetzt. Das reicht auf jeden Fall. So, ab geht es hier zum Pult. Da wollte er die Tür nochmal zu. Nein, also. Oh, Beats ist es. Ich glaube, es ist wirklich Beats. Warum hast du jetzt Report Beats? Ich, äh, ich kenne wie, das ist wie bei so Hunden. Ich habe einfach den Trick, äh, totstellen drauf. Weißt du? Mein Härchen hat mir gesagt, stell dich tot. Ja. Dann habe ich mich totgestellt. Ja. Deswegen. Imposter hassen, Imposter hassen diesen Trick, weißt du? Genau. Auf geht es mal. Mirkus Abfahrt. Ah, du bist es oder nicht? Ich weiß, hä? Ach, du bist es nicht? Nein, Beats war das doch. Ey, Beats, was machst du? Ja, ich habe euch alle hinters Licht geführt. Alter. Ja, toll. Jetzt haben wir verloren, ey, toll. Ey, mich? Ja, eigentlich unfair. Oh mein Gott, wir verloren. Ja, toll. RIP, ey. Ey, wirklich, RIP. Warum? Jungs, ey, ihr seid so lost. Ne, warum, warum wollt ihr den Falschen? Ja, gut. Leute, ich würde sagen, in dem Sinne, das wäre es gewesen. Gerne mal abonnieren. Gerne liken nicht vergessen. Schaut auch bei den Jungs vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Ich habe 10.000 Likes. Ciao. Ciao. Ich habe 10.000 Likes. 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 Vielen Dank.